Wir sollten die Bürger Europas nicht mit Regelungsklein-Klein-Nerv, sondern in großen Dingen Größe zeigen. Hier wird eine neue Arbeitsweise vorgeschlagen. Hier wird erläutert, wie man Europapolitik besser gemeinsam mit allen Ebenen des Multi-Governance-Systems machen kann. Und das ist die große Herausforderung. Wir waren erfolgreich mit verschiedenen Partnern in dieser Arbeit. Die Legislative Assemblies, die Regionale Parlaments, die Municipalities. Wir haben auch NGOs involviert, so es war eine große Diskussion. Was wir proposing ist eigentlich eine völlig andere Weise, um zu machen, zu machen, dass die Situation der Subsidiarität nicht nur eine Prinzipie, die nicht aktiv ist, sondern dass alle Institutionen involviert in die Bereiche und die Legislaturperiode sind sicherlich, dass sie in die Situation die Subsidiarität und Proportionale brauchen. So we agree that without a treaty change, there still can be an arrangement with the European Commission that the Commission would take into account if national parliaments propose ideas for developing European legislation in certain areas. Local and regional authorities, they have to feel concerned by the Subsidiarity. Wir wollen die Regelungsdichte verringern im europäischen Recht und hier sind insbesondere regionale Belange sehr stark betroffen. There has to be more rights in the national parlaments to play the role in a European politics and to make the more decisions in their own national parlaments. And this report is just one step on the long way on which way we should go. I think if we apply these principles from now on on the way we legitimate, almost automatically we will come up with concrete proposals for change on top of that.